Hallo Leute und Willkommen zu meinem neuen Video von Melan King MK und es ist mein erstes Video von Brawl Stars auf Youtube. Ich habe schon ein bisschen gespielt. Ich spiele jetzt einfach mal Showdown Solo. Ich versuche mal einen Win zu holen und ich stelle mich dann vor. Also mein Kanal wird pro Tag ein Video haben und manchmal kommen auch Videos von meiner Schwester und mir. Und dann spiele ich manchmal noch PS4. Und ja, das kann ich nicht einfach sagen. Und meine Schwester bearbeitet dann meine Videos. Ich suche jetzt noch mal einen Gegner. Und ihr könnt mir auch Tipps geben, dass ich noch waffen kann in diesem Kanal. Oh nein! Oh nein! Ich bin tot! Okay, aber wir versuchen einen Sieg zu holen. Das verspreche ich auch. Wir holen doch in diesem Video einen Sieg. Ich mache fünf Runden. Und dann müssen wir einen Sieg zu holen. So. Und ich kann auch, ich mache auch ein Chess Opening hier auf Brawl Stars. Und dann kann auch mal sein. Manchmal zocke ich auch PS4. Habe ich auch schon gesagt. Und meine Schwester bearbeitet halt für die Videos. Das habe ich schon gesagt. Und so. Manchmal wird sie auch dabei sein. Habe ich auch gesagt. Alles klar. Ich und der Bull haben die letzten HP. Ah. Und dann mal die Interaktation. Also ich habe auch auf der PS4 einen. Und dann mal die Blumen. So. Moin. Ja. Das ist schon katt. Ich kann mich aber bitte nehmen. Äh. Äh. Das ist sehr schön was ich gerade gesagt habe. Also. Äh. Auf Piep. Sag einfach zu meinem Schwester. Äh. Melon. Queen. Leise. Oh nein! Ja, sei leise, das ist mein Video. Sei leise! Weißt du warum Prinzess ist? Weil mein Name Prinzess bedeutet. Ja okay, jetzt sei leise. Ich will hier einen Sieg holen auf drei Runden. Und ich hab das meinen Zuschauern versprochen. Haha! Das ist ja schon geil. So. Das Video ist perfekt. Ja! Ein Kill. Ups. Shelly erst mal geholt. Jetzt kommt los. Komm, 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 komm. Okay. Ich bin hier unten. Dann kommt es noch mal. Hey. Ich bin da unten. Ich bin da unten. Ich bin da unten. Oh nein! Ey, ich bin da unten. Ich bin da unten. Ich bin da unten. Ich bin da unten. Das needs to happen. Das ist genug. ich zeige euch den gleich werden schon über 120 ich bin schon bald hunderte ich bin schon bald hundert ich bin schon bald hunderte ich wollte mit dem team und dann ihn verarschen Wow. Ah, die 5. Loll. Beide gefüllt. Danke für den Powercrime. Ich finde schon 5. Das ist gut. Oh, er hat seine Ulti. Ich muss aufpassen. Ich teame mal und dann gehe ich in den Abi wirklich ran und töte ihn. Ey. Oh nein, er ist ein besseres Level als ich. Aber ich habe nur Powercrime. Sonst sieht es wirklich gut. Entschuldigung. Entschuldigung. Den Drink meine ich. Keine Ahnung. Knapp. Sarah sei leise. Du bearbeitest nur meine Videos. Nein. Ich blende euch ein, was ich spiele pro Tag. Also, wie es ablaufen wird mit den Videos. Schau da. Schau da. Ey, bitte. Ja, Mann. Sie geholt. Okay, ich mache noch zwei Runden. Und dann ist das Video vorbei. Ich zeige euch noch. Oder ich zeige euch jetzt den Clan. Also, hier. Hier, EKT. Ich verliere. Ich verliere. Und nur noch vier Plätze frei. Also, bitte kommt rein. Nein. Und ich bin hier. 49 Star. 955 Trophäen. Und, äh. Und, äh. Oh, mein Freund hat, äh, äh, El Mago geholt. Also, die zwei. Der und der. Die sind meine Real-Life-Freunde. Und vielleicht. Also, hier. Und, ihr könnt uns... Und mit denen spiele ich eigentlich fast immer. Er ist, äh, gut. Sarah leider. Und, ähm, mit denen... Es war eigentlich der Einzige, der mit mir voll viele Wins geholt hat. Und, ja. Das war mein Video. Und, tschau. Tschau. Dann habe ich euch schon, ich werde jetzt nicht mehr arbeiten. Ey, Sarah. Ja, super. Damit, wenn du deinen Tod...